moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video pro stars und ich weiß nicht ob ich es jetzt richtig ausgebrochen habe aber ist ja wurscht das ziel für die jetzige vorgehen ist rosa zu bekommen ich wollte eigentlich unbedingt einen live stream machen aber irgendwie hat du rekorde herumgepackt und aus diesem grund jetzt habe ich es einfach nicht geschafft das war auch immer weiter ich will die bekommen aber soll dann habe ich wenigstens gutes internet und kann mit der versuchen auch noch zum spiel wohl ich so leckte es vor allem auch hier hallo ich habe wieso meine schaltet irgendwie von alleine wlan ein naja was soll es leute jetzt ich habe schon so viele kisten aufgespart und auch hier ich habe so viel jetzt gespielt hat das alles freigeschaltet und ich werde dann sicher mit den 150 powerpoints werde ich dann wirklich werde ich safe wenn ich sie bekomme rosa aufräumen aber heute ich will mal behaupten let's go um vier mal sechs mal penny und drei jubelen ist auch nicht schlecht aber wirklich ich hole mir die wenn ich sie nicht bekomme können ich sie mir einfach da aber schauen wir mal so wieder keine neue karte ja das ist gut eigentlich wenn man denkt sich ja wieder keine rosa sechs mal karl sechs mal mortis und ein ticket so gleich nächste kiste wieder keine neue karte vier für piper sie für rock und wieder eine neue karte ich weiß nicht ich sage jetzt gleich nicht mehr so schnell und wieder keine neue karte wenn ich genau in dieser kiste die zwei sachen bekomme ich mal auf ich schütze ich schon wieder ab ich habe es jetzt auch meine bonus tickets komm jetzt bitte und gedacht ich springt wieder eine maximale jubelen wieder keine neue karte das war eine neue test eigentlich so aber ich glaube irgendwie irgendwie ja ich kann nicht sagen cool irgendwie glaube ich eher nicht dass ich sie bekomme ja ich habe sie doch oh mein gott rosa ist du ja leute oh mein gott erst mal screenshot machen ja danke ich habe jetzt keine bock auf taro ich öffne gleich diese kisten auch noch ich meine wieso nicht da kann ich abgeholt bekommen vielleicht noch ein paar marken ja man habe ich da gerade 70 münzen oh mein gott wie krass in diese kisten jetzt kommt komm jetzt laden nicht danke also ich werde so durchdrehen wenn ich jetzt mal eine legendäre eine legendäre karte aus so einer kiste ziehe weil die wahrscheinlichkeit ist halt so klein ja 70 münzen aus so einer free chest ist echt richtig gut das erste mal rosa gezogen hat das erste mal karten für rosa aber jetzt die großen boxen 14 mal karl 16 mal mortis kann ich abgolden und drei juwelen ja dann bin ich das erste mal das nächste mega box 10 für rosa ist nicht schlecht 2 bonus und 20 für alter was da für eine op kiste die war nice die kiste 64 münzen 9 für jesse 12 für mortis 30 für parley und 5 juwelen ja dann würde ich mal behaupten können wir uns nochmal schnell die ja und jetzt Leute ihr könnt mich auf gönner move also davon auch gleich direkt mal screenshot ne ich weiß eigentlich nichts besonderes aber das ist einfach ziemlich krass und die öffnen wir auch noch die öffnen wir auch noch die öffnen wir auch noch ich würde mal sagen wir leveln nicht jesse einfach mal rosa komplett durch ich habe auch fast 1000 geld gerade power 4 leute direkt mal kopfgeld jagt wenn ihr mich fragt dann danke dass es geschätzt nach einer halben stunde lädt ich finde es so krass mit rosa zu spielen ja gut ich ich weiß nicht soll ich nicht ja jetzt muss ich rein pushen ja jetzt sind die beide hier lowlife ja die gibt mir jetzt sicher einen hit ja ja gibt mir ja ja alles klar sie war auch so one hit ne jetzt werde ich einen offline spieler ja was will man denn auch groß anderes haben ja sie will sich richtig an mich so ran bauen komm die stone ja was will sie machen ua 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 ist doch gerade wie 93 habe ich überlebt alter ja das tut natürlich gar nicht gut ok die ist da und was will die jetzt ok nicht was die gerade gehabt hat nein ich will nichts mit der jetzt zu tun haben wenn sie ultimate hat wenn ich bin ich besser nein 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 wie oft hat die denn ihr ultimate komm sie ist solo bitte danke komm 40kb so ein scheiß fucking ernst die ja wup komm bitte 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 ja ich habe ihn wirklich noch bekommen nein nein 98kb als ob ja aber die runde hier war auch gerade nur zum probieren ja was soll es jetzt spielen wir mal showdown heute rosa vom anderen team gleich mal star master heute halte ich mit 300 marken verdoppel auch nicht schlecht solo und und schreibt mir mal in die kommentare ob euch das gefällt wenn ich live streams mache ja ja moin so leute da mische ich mich ja mal ganz gerne ein ja die hier zum pushen ist nicht gescheit die kostet mir noch sehr viel Zeit ja die hunde könnte sogar etwas werden mit viel glück ja mit dem ich jetzt noch nicht pushen würde ja gut ausgewichen komm nein jetzt werde ich gesendet nein ich habe mein ultimate nicht mehr einlösen können die letzten 20 sekunden ja ok das war gerade so schlecht von mir gespielt könnt ihr sagen was ich wollte könnt ihr unseren kommentare vorspamen ich bin scheiße wirklich das war gerade so schlecht von mir wieso gehe ich hier noch drauf ich hätte weg müssen oder den dynamike und versuchen zu killen aber ich habe schon so krasse spiele gesehen also ich meine jetzt spiele die jetzt einfach schon so ohne scheiß keine ahnung wie viel verdammt viel energie jetzt schon ich meine energie sage ich schon Trophäen jetzt schon gehabt haben bei rosa ok die verzieht sich jetzt sicher mal die ist nämlich real life ja nice die kann ich mir jetzt auch mal snacken wenn mich der mord ist ja der mord ist will mich challengen danke ja gut free kill nächste free kill ok die wird sich jetzt ein wenig schwieriger anzeigen ja was will sie machen 7 energy versus 2 showdown jetzt schon das war jetzt langweilig vermutlich jetzt schon so einen bull mit 10 energie ja ok was will sie machen wills teamen sie will ja wirklich teamen ich weiß nicht ob sie ultimate hat die müsste ich jetzt eigentlich easy going holen hab auch fast 2000 hab hier mehr wie sie ja jetzt hat sie ein problem ne ja das war gerade so klar es ist ihr ultimate nämlich aus ich hab fast mein neues und ja sie scheiße ja jetzt hat sie wieder ein problem hat aber die spielt nicht schlecht ich muss irgendwie outplayen nein sie hat mir mehr hits gegeben für mich hier ist nicht gut nein viel zu spät das ultimate bekommen sie könnte mich killen wenn sie es will nein komm bitte bitte kill sie bitte ja so knapp aber noch moin snyter nice der sieg mit rosa auch wenn ich jetzt gerade nicht allzu stark gespielt habe war eine gute runde wenn ihr mich fragt nochmal schön trophäen geholt ja ich will unbedingt bobe kommen der ist so nice ist doch mir lohnt gerade an ne schade naja leute damit würde ich mal behaupten das war es auch mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen das gehen eine gute bewertung da und ein abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen bis zum nächsten video euer Lorking bye bye